Mein Name ist Nicole Jäger. Ich habe vor einigen Jahren noch 340 Kilo gewogen, habe mich halbiert auf 170 Kilo und habe über den ganzen Wahnsinn ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Die Fettlöserin – eine Anatomie des Abnehmens. Und ich werde da jetzt aus einem Kapitel rauslesen, das da heißt Ananas und ihr Bullshit-Enzym. Beobachtung